Schwirr mir in die Augen. Wir gucken uns ganz kurz das 2 Millionen Abospecial von Trimax an. Damals war Trimax noch nicht fett. Ansonsten sieht er irgendwie genauso aus wie heute. Ich bin gespannt. Ich schwirr mir das mal in die Augen rein. Was hat er gesagt? Schwirr mir in die Augen? Schwirr mir in die Augen? Warte. Schwirr mir in die Augen, dass ich das da ohne Konsequenzen, ja. Da ist ein Zeuge. Ja, Alter. Das sieht jetzt nicht aus. Ja, mach ein Loch. Max, jetzt mach das Loch. Sicher? Alter, scheiße, Mann. Mach ein Loch, Digga. Ey, ist das jetzt mittlerweile so die Möglichkeit, Abo-Specials zu machen? Bei Gott, ich habe mein erstes Mal gefilmt. Ich kann das auch einfach hochladen. Mach ein Loch. Mach ein Loch. Warte, ich will sehen. Mach ein Loch. 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 Ach du scheiße, Mann. Ach du scheiße. Yo, Digi, hier gilt 2G vom hungrigen, satten Hugo. Schauen wir doch mal rein. Okay, Baby, Baby, let's go. Ey, ist das Sascha? Okay. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, das war mein längst verrückter aller Zeiten, Digga. Wir alle feiern dieses Jahr Erfolge. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange gerübst. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Und in einer Partnerschaft denselben Musikgeschmack zu fühlen. Denselben Musikgeschmack zu haben, ist so viel wert. Ey, der Arme, der braucht wirklich einen Pfleger. Bei meinem Partner MMOGA. Ja, Digga, MMOGA, Digga, das war ja völlig lost. Schmerzhaft. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt es das Game auch kostenlos. Äh, nicht kostenlos. Digga. Heute wieder ohne, ohne sinnvolle Reden. Äh, wie alt warst du nochmal? Äh, 14. Ach krass, du klingst älter. Ich hab morgen Geburtstag. Alter. Ja. Wie alt, wie alt wirst du? Ja, 15. Ja, stimmt. Hä? Ah, danke, Mann. Ich glaub, ich seh mich morgen auch nochmal Fortnite spielen, Chad. Ich sag's euch ehrlich. Ich hab's lange nicht mehr gemacht. Romatra unterwegs in... Was, das ist doch nicht Romatra gewesen. Wer ist das? Das ist doch nicht Romatra, oder? Hä, wer ist das? Wer, wer... Hä? Ist das Romatra? Digga, warum sah der damals okay aus und heute so hässlich? What the fuck? Unterwegs in Thailand. Das ist Toss, das ist Toss, das ist Toss Romatra. Too much, too much, yes, too much. Too much, 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 too much, too much, too much. Also von der Software, vom Betriebssystem finde ich Android wesentlich schlechter als Apple. Du hattest ein billiges Android-Handy, also Big Mac, Digga. Wie kommst du da drauf, dass ich ein Ding so... Alter, Junge, der Arme. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass Sony Ericsson, ich weiß nicht mehr, Z4 oder Z5, Z3. Bro, das ist, glaube ich, sehr billig. Kochstream kommt dieses Jahr. Save. Sobald ich in der neuen Wohnung wohne, kommt der Stream ansonsten 10.000 Subgiften. Auf dieses Wort könnt ihr euch so verlassen, wie als ich das bei GVMP gesagt habe, ich spiele die wieder drauf. Also gar nicht. Hast du eigentlich schon die 10.000 Subgiften an deine Community verschenkt? Manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. Manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. Ey, dann bewegt man sich doch gar nicht. Einen Schritt zurück, zwei nach vorne, bleib ich auf der Stelle. Goethe. Pass, Bruder. Perfekt. Ein Schritt nach vorne, zwei zurück, ein nach vorne. Ja. 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 Wie kann man so los sein? Einfach knacken, zieh es in ihn. Einfach wieder heute ohne Headset spielen. Ich glaube, den Google wäre verirrt. Der redet doch, Digger. Das ist Free Cash für dich, Digger. Der hat gesagt, wenn der in den Travers runterkommt, er grüßt mich, Digger. Ich würde bis zum Ende campen, Digger. Und den letzten einfach holen, Digger. Weil das wäre ja Free Cash, Digger. Weil alle anderen landen so aggressiv, Digger. Ich gucke immer deine Videos, Digger. Und jetzt einfach so entspannt zocken, Digger. Ich gucke, Digger, sei schon Spalmix, Digger. Das ist schon heftig, Digger. Also ehrlich, Digger. Ich rede heute gerade erst mit jemandem, Digger. Der hat, also zwar heute in der Früh oder so, der hat gesagt, was für Cringes die manchmal da reinkommen, so. Und ich habe nie gedacht, dass ich in deine Runde so komme. Das ist auch kommende zufällig, Digger. Und dann einfach du, Digger. Einfach neuer Apollräte. Digger. Digger, 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 Digger. Flash, Flash. Und durch. Warte, Kev, schau mich mal an. Oh, siehst du aus wie Sido. Oh Gott. Oh mein Gott, warte, warte. Schau mal so, schau mal so. No joke. Auch einfach der Bart halt eins zu eins. Digger, du siehst aus wie Sido. Oh boy, yeah, Digger. Wo sind wir denn, dass Montana Black auf sich selber reagiert? Hat der vergessen, was der gemacht hat vor einem Jahr oder was? Natürlich alles Legitim 50 gefahren, ne? Hinten fliegt mehr. Da sind wir auf Autobahn gefahren. Komm, ich fahre nicht mehr auf die Autobahn. Ja, gut. Schade. Deutsche JP Performance. Da bin ich versprochen, wir kamen gerade von der Autobahn. Gigi, wer bin ich? Stark. Du bist so ein Vorbild, lass uns den Job. Was passiert jetzt? Ach so, das hat der reingeschnitten. Ich hab's nicht. Ich dachte, du hast gerade was leiser gedreht. Dann will ich... Oh Junge. ...dass einmal, wenigstens für eine Sekunde, ne Helmbombe drin ist. Nur, dass die Leute nicht denken, dass ich komplett beschränkt bin in dem Spiel, okay? Ich meine, wenn ich jetzt auf meinen Kanal gehe, Bro, und check auf Clips die letzten 30 Tage, da muss ja irgendwo eine Helmbombe drin sein. Weißt du, was ich meine? Gut. Hier. Ach, nee. Das ist, ähm... Oh mein Gott, wie konnte er das verkacken, Digger? Das hätte selbst ich getroffen. Gut, äh, ich glaube, wir gehen in Formel 1. Einmal weg von der Tür, bitte. Ich kann nicht aufmachen da hinten. Einmal weg von der Tür, bitte wegtreten. Alter, wer ist der denn? Digger, hier im Bus geht 2G. Ja, nicht von meinem Spülp hier im Knot entfernt. Keiner kümmert sich drum. Oh, ja, klar. Ah, besser. Super. Habt ihr hier überhaupt eine Sitzordnung? Wo sitzt denn die Juri? Made it out of the street. Made it out of beef. Ja. Ich halte hier drei Plätze frei für die Juri. Alles Fäsche. Made it from the bottom, now we strive to reach the peak. Und ich liebe Steine. Steine, ich kann euch stundenlang erzählen, warum Steine so geil sind, aber Steine machen nichts dreckig. Steine brauchen keine Pflege, Steine brauchen kein Wasser. Steine sind wetterfest. Du kannst sie nach draußen stellen, du kannst sie nach drinnen stellen. Deine sind lecker. Ich lecker an Stein, lecker. Der Bro braucht mal wieder ganz dringende Hilfe. Damn! Steine sind einfach Baba. Ich hab zwölf Minis, also später, wenn du im Kampf Unterstützung brauchst, sagst du Bescheid. Okay. Bevor Vater Staat sich wieder einkackt. Ah, mit drei R, perfekt. Drei R. Wir hätten heute sehr, sehr viel zu tun. Deswegen bitte ich Sie ruhig zu bleiben. Und Sie, okay, Kollege, ne? Okay, okay, Formel 1 Monaco-Rennen gerade hier. Ist doch okay, bitte, bitte. Wir schalten live zum Monaco-Rennen. Danke. Ja, lass mich mal vorbeiblaufen. Danke, Bro. Ja, ich lass mich mal vorbeiblaufen. Oh. Die hauen einfach eine Party rein und der eine zockt Fortnite. Welcher Tag ist denn heute? Heute ist Dienstag. Alle sind am Saufen und Kiffen heute. Ja. Das ist eine Corona-Party, das muss ich melden. Und jetzt schlagen Jugendschütze alle an. Es gibt zum Beispiel zu wenig Chips, deshalb weniger Konsolen. Verkauft dir irgendjemand ne PS5, by the way, irgendwer? PS5? Hinter mir stehen einfach drei, weil ich reich bin. Perfekt. Und das ist das Razer Blade 17 Zoll. Das allergeilste am Bildschirm ist, er hat auch Touch. Das heißt, wenn wir gleich eingeloggt sind bei Windows, kann ich euch das zeigen. So, auf jeden Fall. Perfekt. Windows, der Vorführeffekt. Würde ich kaufen. Zehn von zehn. Das ist eine ganz berühmte Sängerin. Wer ist das? Dua Lipa. Hä, wer ist Dua Lipa? Bro. Hä? Was? Irgendjemand hat vor, bevor ich die kleine Pause gemacht habe, auch 10.000 Witz gespendet. Die hab ich einfach nicht vorgelesen, der ganze Zeit. Die haben wir nicht vorgelesen, der ganze Zeit. Man kennt ihn doch, man. Ich hab auch gesehen, Vali-Tim hat auch mal vor eineinhalb Monaten, zwei Monaten 500 Euro gespendet. Die hab ich nicht mal vorgelesen. Und du denkst, ich hab Sex. Entspannend. Hm, naja. Tripalowski, Tripalowski. Du, 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 du. Tripalowski. Tripalowski. Ey, was ist der? Also, Hunger auf Twitch mittlerweile irgendwie... Saufen! Ja, komm, Digga. Morgens, Mittags, Ares, viermal so. So, wieder eine richtige Scheiß-Folge. Ja! Guten Style. Liebe Chicken. Ja. Dicke Lippen. Ja. Was für ein gottverdammtes Scheiß-Video, Mann. Wirklich, absoluter Müllrotz. Danke dafür. Veintür. Wirklich, das ist immer für...